Und da wären wir auch schon wieder. Und ich habe mir mal wieder angeguckt, wie die Train-Signals funktionieren. Und die waren ein bisschen intelligenter, als ich dachte. Also ich hatte die ja probehalber mal hingelegt und hatte dann nur die gelben Pfeile gesehen und dachte, okay, sie bestimmen jetzt nur die gelben Pfeile. Aber das stimmt so nicht. Die bestimmen die komplette Bahnstrecke, die ganze Strecke lang, bis zu dem nächsten Punkt, wo ein Signal ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier das hinsetze. Erstmal wird das dann beeinflusst. Wenn ich das jetzt hier hinsetze, dann wird die gesamte Strecke ganz, ganz einmal rum bis da hinten irgendwo berechnet. Von der ein Lampe. Was ein bisschen oberkill wäre. Oder ich glaube, die Station könnte es auch abbrechen. Aber allgemein, sie laufen wesentlich weiter, als nur die gelben Pfeile. Das heißt, erst mal mache ich alle Signale weg. Und dann muss ich mir das genau überlegen. Also, Züge kommen von da. Ich will, dass er guckt. Hier ist ein Zug da, ja oder nein? Was? Wenn da ein Zug ist. Warum bist du jetzt grün? Du bist jetzt grün, gelb, rot, grün, gelb, rot. Du bist sehr verwirrend. Okay, machen wir bis da. Und dann bis hier. Also, in meiner Theorie, wenn ich das alles so weit richtig verstanden habe, wird hier keine Bahn reinfahren. Solange zwischen diesem und diesem Signal eine. Warum fährst du in die Richtung? Ja, weil ich das oben noch zu Ende machen muss. Solange nur eine fährt, ist alles gut. Also, die hier zeigt rot an, sobald eine Bahn hier zwischen ist. Warum sie das jetzt gerade nicht tut, kann ich nicht sagen. Eigentlich müsste die doch jetzt total knallrot sein. Ich fahr mal ganz kurz raus. Und rein. Nee. Die sind hier zu komisch. Achso, aussteigen bitte. Die switchen jetzt hin und her zwischen grün und rot. Hm. Na gut, machen wir das Ganze hier auch nochmal. Du. Hältst. Bitte. Oh, passt das da rein? Nein, tut's nicht. Da. Wenn zwischen dem und dem eine Bahn ist. Zwischen dem und dem. Da müsste es rot werden. Ah, und das ist rot. Und wo fährst du hin, verdammt nochmal? Also, es klappt. Und ich glaube, das hier klappt nur gerade nicht, weil die Bahn in die falsche Richtung zeigt. Weil das überprüft nur in die Richtung fahrende Bahn, denke ich. Oh ja, solange das schon mal gut ist, ist okay. So. Dann fährst du nicht, wenn irgendwas auf den Schienen hier ist. Und du fährst nicht, wenn irgendwas auf den Schienen ist. Das heißt, es werden niemals zwei Bahnen hier in dem selben Bereich sein. Aber da ich nicht will, dass dieses komplette Stück Strecke hier immer nur von einer Bahn befahren werden kann, splitte ich die Strecke auf, bis sagen wir mal hier. Das heißt, das Stück von jeweils dem zu dem oder dem zu dem. Da darf immer nur eine Bahn gleichzeitig sein. Sobald die Bahn dann hier durch ist, sagen wir mal Bahn Nummer 1 fährt jetzt hier durch, das Signal schaltet auf grün um, Bahn fährt hoch. Dann kann die nächste Bahn aus ihrer Station, entweder unten oder oben, rausfahren und Bahn Nummer 1 hinterher. Soviel zur Theorie. Das heißt, ich könnte hier theoretisch überall so ein paar Zwischendinger machen. Damit es halt nicht so eine riesig lange Strecke ist, sondern mehrere kleine. Aber es müsste eigentlich durch die Lampen unten schon genug gefiltert sein. So. Also mit gefiltert meine ich, dass die Bahnen einen gewissen Abstand voneinander haben. Und bauen wir mal ein paar mehr davon. So, jetzt kommt das erste komplizierte. Hier darf keiner reinfahren, wenn zwischen den allen. Eine Bahn ist. Also zwischen dem da und dem da hinten. Wenn dazwischen eine Bahn ist, also die hier geparkt ist, dann wird das auf rot gestellt. Und die müsste hier anhalten. Die Frage ist nur, ob sie dann wirklich anhält. Ich brauche mehr Züge. Schmeiß mal das weg und gib mir bitte... Welche Engines brauchst du? Ganz normale Engines. Gib mir bitte davon 20 Stück. Oh, da blinkt irgendwas. Kommt gerade ein Zug von der falschen Richtung. Kann das sein? Ist wieder alles grün. Okay, das ist das eine. Und dann machen wir nochmal hier ein Stück. Da ein Stück. So, du hältst hier an, wenn da jemand anders drauf ist. Bis hier. Hier. Das sollte verhindern, dass hier Züge zusammen crashen. Mit der Ordentlichkeit. Halb machen wir es hier auch mal da. Das heißt, wenn ein Zug von oben kommt, hält er hier an. Wenn ein Zug von unten kommt, hält er da an. Jeweils, wenn auf dieser Strecke irgendwo ein Zug ist. Das würde eigentlich schon reichen, wenn ich das Ding wahrscheinlich hier hinpappe. Aber ich weiß nicht, wie schnell die abbremsen können. Guter Punkt. Mach das mal so zwei Fehler weiter nach hinten. So. Also da sollte es nicht zu einem Crash kommen. Das ist schon mal gut. Dann. Bis hier. Hier anhalten, wenn. Bis da eine Bahn drin ist. Die schreit jetzt kein Weg, weil die versucht nach rechts zu fahren. Und nach rechts darf sie nicht fahren, weil das Ding rot anzeigt. Das heißt, jetzt müsste ich Schienen bauen. Oh. Und die Forschung war fertig. Wann war das denn? Extreme Capacitors. Dauert ewig, kostet fast nichts. Ja, mach mal. Das ist schon zu hoch, ne? Na, ne, könnte aufgehen. Und sobald ich die Schienen jetzt hier gleich verbinde, müsste der Zug eigentlich sofort nach unten fahren. Ähm, da. Ähm, da. Na, wo kommst du denn her? Das schießt, ja? Achso, unsere Trimme aus der Basis. So, du. So, du. Hoch. Du da und hier irgendwo. So, geht super auf. Schön. Du da hin. Zu. Go. Nö, schreit immer noch rum. Warum schreit immer noch rum? Halt an. Kein Weg. Du. Bist da. Du bist rot, weil auf der Strecke ein Zug ist. Ja, aber du kannst ja noch da fahren. Warte mal. Du. Raus. Raus. Fahr. Einfach nur nach Hause. No pass. Also, das ist hier irgendwo wieder ein... Ja, okay. Ähm, wir haben hier keine Abkürzung fällt mir gerade auf. Das heißt, wir machen hier mal eine Abzweigung. Und hier wieder so ein schräges Ding. Die sind echt doof zu bauen, finde ich zumindest. Aber schon praktisch. Ich glaube, ich mache das trotzdem gleich einfach mal lieber gerade. Ja, komm. Mach das so. Zu dem einen einzigen Baum, der im Weg sein könnte. Baue das parallel hierzu. Mach den doofen Master weg und strapp die, äh, knapp die Stromversorgung. So, und hier brauchst du noch so ein krummes Ding. Vielleicht sogar zwei, so. Das war zu früh. Jo. So, du weg. Nein. So. Dann brauchen wir hier ein Halt, dass du nicht fährst, wenn da jemand drauf ist. Du da, dass hier nicht gefahren wird, wenn da einer drauf ist. Und hier ein Stück markiert. Also, sobald hier ein Zug ist, halten die da an. Hm, 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 hm. Okay. Geht bestimmt was kaputt. So, jetzt muss ich noch den Fehler suchen, warum der Zug oben nicht fährt. Also, entweder, dass die Schiene irgendwo... Oh, sieht komisch aus. Nee, ist nur Boden. Also, entweder, dass irgendwo eine Lücke, was gut sein kann, wegen Platzierung oder Bäume oder was weiß ich. Oh, ach, die Basis selber, genau hier. Hier sind wir nicht angeschlossen. So, dann kommt der Zug jetzt von da irgendwo. Geht runter bis, sagen wir mal, hier. Dann brauchen wir hier noch eine Umgebung. Eventuell kommt gleich der erste Zug an. Äh, du... Mach hier dann mal die Abzweigung. Das heißt, wenn da was drauf ist, dann müsste die Bahn immer noch hier die Möglichkeit haben, einen Knick zu machen. Müsste dann einen weiter runter, ne? Ja, da bin ich mir echt nicht sicher. Aber ich denke... Ja, mach mal so. Dun, 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 dun. Dun. Da wir jetzt beliebig viele Kurven machen können. Wir werden das auch voll ausnutzen. So, noch mehr Kurven. Ganz viele Kurven. So. Du, 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 du. Und... Menu. Schätz mal so. Du weg. Die mal weg. Okay. Hier ähnlich wie da hinten auch. Ein bisschen weiter vorne. Markierung... Da. Markierung da. Und das Ganze bis hier hinten. Warum bist du rot? Weil irgendwo auf der Strecke jetzt ein Zug ist. Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Deswegen mach jeder mal einen hin. Jetzt bist du rot, weil vor dir irgendwo ein Zug ist. Ha. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, ich teste es einfach. Ihr fahrt... Fahr bitte... Einmal nach... Home. No path. Du... Müsstest doch jetzt eigentlich nach rechts rausfahren dürfen. Oder musst du es bei dir einstellen. Raus, raus. Stop. Home. Home S. Pass. Und ein kleiner Angriff zwischendurch. Oh, ich sollte zwischendurch auch auf die Ressourcen gucken. Aber das ist alles gut. Rote Chips sind auch da, ja. Hellblaue Tränke sehe ich nicht. Die waren ja kurzfristig ein Problem wegen... Hm? Ärmchen. Was ist hier los? Und wo ist der andere Zug? Ach, der andere Zug steckt oben fest. Ja, super. Ach so, du kannst eigentlich weg. Fällt mir gerade ein. Wir brauchen nur noch dich. Oh, du, du, du fährst. Okay, ich steige ein und ich gucke mal, was jetzt genau hier passiert. Und ob wir... Genau. Ich steige jetzt in den Zug ein. Und dann gucken wir, ob wir dem anderen Zug hinten auffahren. Das ist eine... Das ist eine sehr schöne Idee. Und wir müssen die hier noch erweitern auf drei Waggons. Aber das können wir später machen. So, 30 Sekunden müssten eigentlich jeden Moment um sein. Ich kann die Zeit mal nutzen und währenddessen ein paar Roboter bauen. Und vielleicht ein paar Robots. Und euch Jungs hier freilassen. No path. Okay, das ist nicht gut. Dann halt mal an. Und fahr selber. So, wenn ich dich jetzt anhalte... Fährst du dann? No path. Home S macht er. Ah, rum Home S. Kann es sein, dass ich die Lichter da falsch rum angebracht habe bei Home N? Oder bei Home Normal? Weiß ich nicht. So, du wirst jetzt einfach so durchrushen. Durch den kürzesten Weg. Okay, okay. Also ich gehe davon aus, dass es der kürzeste ist. Und hält es jetzt hier an. Weil der Zug hier hinten einfach nur dumm rumsteht. Du kannst da übrigens auch weg. Die sollte ich wieder setzen. So, und du fährst jetzt nach... Oh, oh. Ähm... Da... Da. Dazwischen ist ein Zug. Okay. Da ist schon mal irgendwas schief gelaufen. Du bekommst mal ein paar Repair Bots. Ein paar Repair Packs und reparieren bitte den Zug. Dann steigst du da ein. Komisch, dass die Lok keinen Schaden genommen hat, sondern nur der Güterdingens da hinten. So, weil es hier gesplittet ist. Das können sein. Mach mal den da weg. Dahin. Ja, jetzt ist der Knalle rot. Okay, also man muss vorsichtig sein mit den Weichen. Da bringt ja wohl irgendwas durcheinander. Okay, du fahr jetzt bitte los nach... Hause.